Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, alles sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja und heute haben wir einen neuen Skin drin, und zwar einmal den Bombasto und eine neue Pico, und zwar den Schrapnel. Wir haben heute den Itemshop vom 24.04.2019 und wir beginnen mit dem Überschein. Gut, willst du damit anfangen, steht auf der rechten Seite an. Ah, okay. Nee, komm, lass dir anfangen. Das Ding hast du dir ja selber holt. Ja, natürlich, aber nur wegen dem Backpack. Ich finde den Skin gar nicht so schlecht. Ich finde den eigentlich ganz cool, aber das Backpack, wir wollten nochmal ein Video irgendwann, aber ja Leute, wir haben momentan, aber dafür ist gesorgt, dafür ist gesorgt, also nicht quitten vorher, bitte. Ja, weil wir die ganze Zeit schon sagen, es sollen wieder neue Gameplays kommen, wir haben momentan ein bisschen Probleme mit dem Rechner, der schmiert uns hier fast ab von... Ich sag nur, Stichwort, 100 Grad bei maximal 96. Passt. Und wir haben aber jetzt schon vorgesorgt, dass jetzt wird bald Kühlung genug drin sein, und dann geht's auch weiter mit Action hier. So, ja, Überschall ganz klar, 8 von 10, finde ich. 9 von 10. 4,125 bei 17 Worts. So, dann kommen wir zum verstohlenen Schwarz. Was gibst du denn? Verstohlenes Schwarz, ich zeige erst mal, dass wir uns mal die Modelle angucken. Ja. Ich mach doch einfach nur da, wenn ich da so ein Ding da sehe. Was machst du denn? Und du weißt, ich mag ganz schlichte Sachen, mag ich total gerne. Ich bin ja auch Blacky. So, also. Ja, für Lofo. Für Lofo. So. Wie viel gibst du denn? Ich geb dem verstohlenen Schwarz, ja, aber ich geb dem 7 von 10. 7 von 10 Worts? Ja. Echt? Ja, ich hab Magma und dem anderen, glaub ich, auch nur 8 gegeben. Ich geb den 9. 4,67 von 5 bei 6 Worts. Hey, cool. Das ist wieder dieser Luftkampf, ja, den hatten wir schon immer gehabt vor kurzem. Den fand ich nicht wirklich so toll, muss ich sagen. Das ist ein bisschen der Militärseite. Da geh mal in die Modelle rein, wir mal gucken, wie das aussieht hier nochmal. Mach doch mal nicht so schnell. Das ist ein klassischer Tarnfleck. Militär. Militär. Und, ja, ich find's... Ich find's ekelhaft. Also ich sag 3 von 10. Echt? Ich geb dem Durchschnitt, ich sag 5 von 10. Und dann sind wir bei 1 von 5 bei 3 Worts. 3 mal 1 von 5, what the fuck? Zielsicher. Ja, der ist auch nicht so toll. Da ist das Loch da oben reingeschossen worden. Guck, da siehst du das Einschussloch. Ja. Wie ist das denn? Ja, sorry. Also ich will nicht abgeschossen werden, wenn ich in der Luft bin. Das passiert oft genug. Ich geb dem Ziel sicher, geb ich, ich find den Scheiße. Du kriegst von mir nur 1 von 10. Von mir 5 von 10, dann fast 2 von 10. Ich find den Schrecklich. 2,5 bei 5 Worts. Dann kommen wir zum Schrecklich. Ah, okay, lass uns doch nochmal, wie viele V-Bucks eigentlich kosten. Kostet das alles hier? 2.300, 3.500 V-Bucks. Okay, dann kommen wir zum Lama. Oh, das geil. Ich halte jetzt die Klappe. Bin ich in der Kamera drin? Also, wie viel gibt's denn? Irgendwie auch nicht. Wie viel gibt's denn? Ah, jetzt bin ich wieder in der Kamera drin oder bin ich der Falsche? Bin ich. Bist du ich und ich bin du? Ich will nicht Vajiza, ich will nicht Tigi sein. Was ist da los? So, wie viel gibt's denn? Lama Glocke kriegt von mir, klar, 10 von 10. Das ist Kult. Lama Glocke. Kult, Kollege Kult. 4,64 von 5,24. Wann ist denn das Ding das erste Mal rausgekommen? Du machst so schnell. August 20.2, 18. Für wie viel war das jetzt? Hä? Wie viel war das? 800 V-Bucks. 800 V-Bucks. 800 V-Bucks. Disruptor. Der Disruptor für 800 V-Bucks. Ich mach das jetzt vorher schon. So, Disruptor für 800 V-Bucks. Ein interessanter Gleiter. Ich find den gut. Ich find den auch nie so schlecht. 28.10. Ja, gut so viel kriegt davon, wenn ich 7 von 10. 3,255 Votes. Kommen wir zum Endlosrad. Das Endlosrad. Ja, das ist halt kein Sound dabei, aber kostet auch nur 500 V-Bucks. Was heißt nur, dass ich die 2-Höchst-Klasse von Ihnen aus? Ja, kriegt von mir 7 von 10. 7? Ja. 2. Wieso so wenig? Ich mag den überhaupt nicht. 4 von 5 bei 6 kurz. Da kommen wir zum Spätspezialisten, also Recon Expert. Ne, Recon Specialist. Ja, und ja, Sumal Randa, das ist, ja, die sieht ja so und hat halt ein ganz... Das ist okay, 1.002 V-Bucks zu können, ich glaube ich. Für 1.002 V-Bucks, das seltene Outfit, kriegt von mir 5 von 10. 4 von 10. 7 von 10. What? 4,04 von 5 bei 6. 4,49. Okay. Dann kommen wir zur Zaubermacht, oh, die ist schön. Ja, das ist hier diese Magier-Picke. Haumala-Truf, da Werkzeugeffekt. Für 800 V-Bucks, Zaubermacht. Einfach geil. Und das Ding kriegt von mir 8 von 10. 8 von 10? Ja, 10 von 10. Für uns cool, muss ich echt sagen. 3,95 von 5 bei 2.002 V-Bucks, am 1.002 V-Bucks, am 1.002 V-Bucks, am 1.002 V-Bucks, so, Nightlight, Nightlight, oder dann auch Nachtlicht, für 800 V-Bucks, ich feiere den überhaupt nicht, ich finde den viel zu Neon, und ich weiß nicht. Teil des Neon-Leuchten-Z, wir sind viel zu Neon, ja, ich finde den zu Neon, der ist einfach zu grell Neon, so, guck mal, der hat so ein pinkes Gitter vor der Nase, wie viel gibt du denn? Nachtlicht kriegt von mir 6 von 10. Ah, das ist klar, du feierst denn überhaupt nicht, 6 von 10? Ja, 6 von 10 ist nicht gefeiert. 3,55 von 5, 3,55 von 5 bei 47, wort zum 1.002 V-Bucks, am 4. Mai 2018. Ey, hör mal, ist 6 von 10 gefeiert? Also, sorry, aber das ist übel, ist es nicht wichtig. Wieso? Bombasto, Bombasto, wie viel gibst du dem Bombasto? Bombasto, Countdown bis zum großen Knall, Teil des kurzen Lunte ZZZ, oh, oh, da hat er Minen gehört er. Also erinnert mich ja so ein bisschen an Bomberman, und Bomberman war früher eins der Spiele, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Bomberman. Was ist das, die gibt's denn? Dreh den mal wieder nach vorne, dann schwimm den nicht die ganze Zeit da hinten auf den komischen Buckel da, ich finde den cool. Bomberman, äh, Bombasto kriegt von mir, äh, 8 von 10. Nee, 6 von 10. Gar kein Rating. noch keine rating okay stückweise spaß teil des kurzen und das sieht es aus was ist es da unten kette ja da unten zerrissene kette dann was ist das für zeichen da drauf den toten kopf das heute zu dem hier ach das sollte so dass so ein abgeschnittener kopf da sind die zähne oder was ja ich gebe dem der krieg von mir also dass die der das kriegt von mir ist eigentlich ganz cool auch sieben von zehn von mir null spaß spaß wenn das ist natürlich wir wollen bis dahin und tschüss